Was geht ab meine lieben Minecraft-Freunde? Willkommen zu einem neuen Video hier auf DKS Offizial. Ja, heute geht es mal um die drei geheimen Spawn-Acts hier in Minecraft, die ihr vielleicht bestimmt oder ich denke mal wirklich hundertprozentig nicht kennt. Ich kannte sie nämlich nicht und von daher würde ich einfach mal sagen, wir starten mit dem Video. So, seid ihr bereit für ein Abenteuer? Wir gingen erstmal in die Befehlseingabe rein und geben ein GIF-AT-S und dann Spawn-Act. Dann machen wir eine 1 und danach machen wir erstmal eine 56. So, wenn wir das jetzt eingegeben haben, drücken wir einfach ab und es wird uns ein bestimmtes Item gegeben. Ihr seht schon, das sieht echt nicht aus wie ein normales oder was man kennt. Ja, wir können ja mal probieren, ob wir das legen können. Nein, können wir nicht, natürlich. Es ist nämlich ein, wie soll ich es am besten erklären? Ich muss sagen, ich habe mir einen Bericht durchgelesen und ich habe nur Bahnhof verstanden und von daher, es ist irgendwie für Server und Websockets und so gedacht und da kenne ich mich halt gar nicht aus. Aber auf jeden Fall soll das hier eigentlich ein Golem sein, der aus der Education Edition stammt irgendwie. Also ich kann euch mal ein Bild zeigen hier. Ja, das ist irgendwie natürlich komisch. Es ist geheim. Was ist hier los? Warum ist hier ein Golem, aber es wird nichts gespawnt? Dann würde ich sagen, wir kommen direkt zum nächsten Spawn-Act. Dafür geben wir ein GIF-AT-S Spawn-Act 1,51. So, es hat sich eigentlich nicht viel geändert, aber ja, ihr wisst Bescheid. So, wenn wir das abgedrückt haben, seht ihr schon das bunte NPC Spawn-Eye. Und das hat einen Sinn. Ich habe nämlich vorher immer NPCs so gemacht, Summon NPC und dann wird einer in mir gespawnt sozusagen. Das ist so der Befehl, wie man ihn kennt. Aber ja, ich muss sagen, das Ei ist auf jeden Fall besser, weil damit kann man natürlich viel besser interagieren. Und wenn man gerade was baut oder so und da sind mehrere NPCs am Start, natürlich, dann ist das natürlich schneller gemacht mit einem Ei, als wenn man da die ganze Zeit einen Befehl eingeben muss. Ist zwar auch schneller gemacht durch die Eingabe, aber man kann es auch immer einfacher machen, als einfach. Ja, dann kommen wir auch schon zum letzten Spawn-Act für heute und ja, dafür geht ihr wieder in die Eingabe und gibt ein GIF-AT-S Spawn-Act 1,3,1,3. Ich meinte 0,3 und ja, dann drücken wir einfach mal ab und wir bekommen ein Spawn-Act. Schon wieder. Jetzt guckt mal auf den Namen, item.spawn-Act und dann Act.name. Okay. Was hat das auf sich? Wir klicken mal und es tut sich nichts. Man kann nichts klicken. Also es wird kein Mob oder so gespawnt und ja, da denkt man sich natürlich, was hat Minecraft sich dabei gedacht und warum können wir als Spieler darauf zugreifen? Warum? Und wieso? Mysteriös. Ja, das war es auch schon mit dem Video und ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Somit würde ich sagen, genießt das Wetter und bis zur nächsten Woche. Bis zum nächsten Mal.